ARD Text im Auftrag von Funk Skandau 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 dann ab hier runter in die kiste kann man ja süße du machst guten damage aber du hast kein feuer trank das ist ein problem nämlich süßer weil dadurch wirst du jetzt hoffentlich mal drauf gehen gott sei dank das war knapp ja komm mal ran ist ja ich gehe mal hier und dann kommst du zu mir ja klingt das fair ist aber knapp da war aber mal eine sache knapp du okay ist niemand da ich kann in f5 gehen okay er rettet sich er rettet sich also da kommt der andere oh crap ich habe im notfall habe ich noch eine ender perle mit der ich verschwinden kann von hier weil das gefällt mir gar nicht dass hier noch jemand dazu kommt und abstaubt ich absolut nicht gut junge jetzt haben wir auf dich zu retten ständig bisher unnormal der typ ohne witz okay man ist ganz doof hier unten das ist ganz doof oder komm 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 nein 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 ich bin jetzt sowas von low ne also auf sonst geht es mir ganz gut alter die die jungs junge da habe ich reingeswertet ich werde erst mal neue sachen anziehen hier was wir haben einen shop 3 die erschwert das ist definitiv nicht zu unterschätzen das macht ordentlich damage und jetzt müssen wir das ganze nur noch austesten wie schmerzhaft es tatsächlich ist das wird eine langzeitstudie die ich jetzt starten werde an mehreren individuen werde ich das ganze testen und nachher haben wir dann ein ergebnis das mir hoffentlich freude bereitet wird bereiten wird nämlich wenn das ergebnis lautet tut weh so dann habe ich spaß dabei versteht ihr und seine erste reaktion gefällt mir schon mal ganz gut denn die sagt mir relativ klar aua und das gefällt mir weil ich mag es leuten schmerzen zuzubereiten zuzubereiten okay zuzuführen insofern zehn von zehn jetzt nicht nur noch erkennen würde er ist noch besser tatsächlich bin ich eher so der schmerz von konstanten schmerzen über eine längere zeit dauer und das unterbindet er sind nicht und ich habe so ein trash zusammen das ist unfassbar die leute die sich das anhören hier gerade weiß ich versuche von uns die so ein erster schotterer den ich jemals irgendwie mitbekommen habe okay vielleicht werde jetzt einfach irgendwie ein epileptiker sowas jedenfalls ja ich versuche eigentlich nur die zeit zu überbrücken hier bis der dud sich mal dazu entscheidet stehen zu bleiben und zu kämpfen ich weiß nicht ob wir das noch erleben dürfen ich würde auf jeden fall hoffen wäre ganz geil dann läuft einfach runter gut das ist eine halbe stunde weg und läuft dann runter das ist das ist wirklich so mag ich das denke ich halt hier durchs hintertürchen rein auf no homo basis und tut's weh bitte tut es weh bitte lass es er sucht alles gleich raus ich bin raus hier das müsste der sein ja er place sowieso wieder weg aber das ist mir sowas von egal weil ich hab mein eigenes hatte hier ja ne das nehme ich auch wieder mit da kann ich gar nichts und so stört die legende bitte also hoffentlich stört zumindest so oder schafft es er schafft es verkackt ein bisschen irgendwie ich werfe ihm mal ein schwert zu als unterstützung vielleicht hilft du mir das ja so wo bist du schaust denn da unten immer noch bitte kein suizid ja ich will dich töten ja er macht die oder was Dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen, ja, checkt auch gerne meinen Twitter ab, denn da werdet ihr alles mögliche überfahren über die Zukunft bezüglich Streamen, denn ich habe jetzt vor in Zukunft eben auf Twitch zu streamen, diesbezüglich könnt ihr mir auch gerne Challenges in Skywars oder sonst wo in die Kommentare schreiben, dass wir euch dann streamen und eventuell auch das Video danach hochladen, ja, seid einfach kreativ, ich denke mir selber auch ein bisschen was aus und ich denke dann werden wir da eine geile Zeit auf jeden Fall auf Twitch verbringen, darum bleibt nur zu sagen, I'm out, peace.